It's Yuki Time! Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und es tut mir erstmal mega dolle leid, dass das so ewig lange gedauert hat, dass mal irgendwann was Neues kam. Und ja, wie gesagt, es steht eine Menge an. Ich poste relativ viel auf Facebook. Aber ja, als erstes steht ja erstmal eine neue Event-Verteilung an. Und ich habe mir überlegt, auch auf Hinsicht der ganzen Kommentare, die geschickt wurden, was mir privat geschrieben wurde, ich werde Yuki's Wolf verteilen. Das ist ein perfektes Raikou. Aber das ist ja eigentlich relativ langweilig. Und da ich sowieso noch irgendwann einen Livestream machen wollte, und da werde ich das jetzt kombinieren, das heißt, ich werde ganz normal in der GTS dieses perfekte Raikou verteilen, mit diesen schönen Spitznamen Yuki's Wolf. Kraftreserve ist im Übrigen Eis. Aber da das relativ langweilig wäre, werde ich. Weil man das leider nicht... Achso, kann ich das jetzt nicht zeigen? Achso, doch. Ähm, nee, kann man nicht. Achso, verdammt. Ja, Entschuldigung. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich falsch gemacht habe. Und zwar hier. So, werde ich dieses überkrasse Event verteilen. Und das ist ein Shiny-Raikou aus dem GameStop-Event mit der mega krassen Attacke Meteorologe. In Shiny, perfekt, perfektes Wesen. Level 30, also ihr könnt es noch aufleveln, ich habe es Level 30 gelassen, zur Verfügung gestellt von einem Wolf. Der hat mir das rüber geschickt. Und, ähm, ja, ich habe halt nur noch die Werte angepasst, das ist ja völlig legitim. Und, ja, das ist halt überkrasse und das werde ich verteilen in einem YouNow-Livestream. Weil, da müsst ihr mir jedes Mal euren FC schicken und dann werde ich das nach und nach abarbeiten. Auf Twitch kann ich das leider nicht machen. Hier kann ich das auch leider nicht machen, weil ich hier nicht alleine bin. Und deshalb werde ich das zu Hause machen. Und ihr entscheidet, an welchem Tag. Entweder Freitagabend oder Samstagabend. Je nachdem, wo die meisten mehr Zeit haben. Oder wir machen das so, dass es Freitagabend und Samstagabend stattfindet. Würde mich mega freuen. Und das ist das Mega-Event. Das, darum geht es eigentlich. Das kann ich aber so nicht machen, weil es auf YouTube zu unübersichtlich wird. Und dann werde ich deswegen streamen auf YouNow. Und ihr könnt dann halt dieses überkrasse Reiko erhalten. Ihr könnt dann mit mir schreiben, alles mögliche machen. Das wird also über-mega-krass. Ich verlinke euch YouNow unten in der Videobeschreibung. Schreibt nochmal rein in die Kommentare, ob ihr beides wollt. Oder lieber nur Samstagabend oder Freitagabend. Jeder soll ein Zeit bekommen. Es wird halt nur darum gehen. Also die ganze Zeit werde ich nur tauschen und mit euch reden. Es wird also mega cool. Und darauf freue ich mich schon mega krass. Dann ist unten in der Videobeschreibung der Link für Spenden. Also wer wirklich Bock hat, ich kann schon mal was verraten. Es ist schon etwas Geld zusammengekommen. Aber es reicht noch nicht. Also wenn ihr Bock habt zu spenden, dann spendet bitte für die Capture Card. Es würde mich ultra mega krass freuen. Dann unterstützt ihr mich mega krass. Es sollen jetzt wieder regelmäßig Videos kommen. Und es geht hier um dieses überkrasse Event. Also holt es euch. Schlagt zu. Seid dabei. Es würde mich mega krass freuen. Und für alle, die es nicht kriegen können, die bekommen trotzdem Yuki's Wolf als normale Form jetzt. Also nicht shiny mit den normalen Attacken. Und so wie ich das gespielt habe, was mega beliebt war. Und ja, das verteile ich ab jetzt, ab jetzt in der GTS. Und meine restlichen, ich habe ja noch, das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Ich glaube, ich habe hier noch, wie ihr gesehen habt, ja, noch ein paar Archeos zur Verfügung, die ich liebend gerne mit euch tauschen werde. Also die restlichen, wer noch einen Archeos in der GTS drin hat, der bekommt das noch. Wie gesagt, es tut mir mega leid. Ich hatte kaum Zeit gehabt. Ja, jetzt steht halt wieder Uni an und Lernen und alles. Aber ich habe mir überlegt, wie ich das mache. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich zeige nochmal das übercoole Event. Darum geht es ja letzten Endes. Also das wird im Livestream passieren. Auf YouNow und nicht auf Twitch. Weil wie gesagt, da reicht die Leitung leider nicht aus. Und ja, trotzdem, der Spenden-Link ist unten drin. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Und vor allen Dingen wieder, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe echt überlegt jetzt. Es waren zwar auch ein paar andere, was eigentlich, glaube ich, ein bisschen drüber gewesen wäre, wie zum Beispiel Darkhide, glaube ich. Aber es war halt dieser überkrasse Hype um dieses Raikou. Und dann stand halt Yuki's Wolf daraus. Und deshalb wird es das jetzt geben. Und weil mir, wie gesagt, einer, ich weiß nicht mehr, wer das war, du hast es schon leider zu lange her, es tut mir mega leid. Der hat mir das getauscht. Ich habe das geklont. Das ist ja legitim. Also ihr habt ja keinen Sheet oder irgendwas. Und das ist ja nochmal mit Power-Safe bearbeitet worden. Also das ist ja auch völlig legitim. Und deshalb ist es, also ihr braucht keine Angst haben. Das ist kein Sheet oder irgendwas. Das ist wirklich ein legitimes Raikou. Freut euch einfach drauf. Das ist so cool. Ich raste aus, dass ich das überhaupt habe. Mit der mega coolen Attacke Meteorologe. Leider kann man das nicht über der GTS tauschen. Sonst hätte ich das so gemacht. Aber dafür kommt halt der Livestream. Und wer Bock hat, schaltet halt ein. Und dann könnt ihr halt euren FC schicken, mir Fragen stellen, keine Ahnung was. Also das wird ziemlich cool. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wieder in der wackeligen Kameraperspektive. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt. It's Yuki Time. Und wir sind schon fast 500. Und bei 500, das werde ich dann auch im Livestream sagen. Bei 500 Wölfen kommt das nächste kranke Abo-Special. Also ich freue mich mega drauf. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit einem neuen Video. Jetzt starte ich wieder richtig durch. Ich bin schon richtig fleißig gerade. Ich bin wieder richtig gut drauf eigentlich. Bin zwar immer noch erkältet, aber... Ja, man muss halt auch mal eine Pause einlegen. Jetzt habe ich wieder Ideen. Die Jack zeichnet mir zum Beispiel auch wieder. Ach, ich kann das alles gar nicht jetzt sagen, sonst wird das Video zu lang. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt das. Gebt einen Daumen nach oben. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.